Klaus, bei dir passt alles, oder? Ja, ja. Öltemperatur brauchen wir noch. Ja, alles gut, der Bunger 50 gibt ihm. Kannst jetzt dann schon raus, weil er ist dann schon frei. Okay, Spaß dann, der Druck ist da. Ja, alles gut. Jetzt holen wir sie gleich auf der Fahrt. Ja. Ist dann relativ zügig. Okay, gut. So, wie wir es jetzt schon sehen. Ja. Okay? Alright. Ich mach hier zu, viel Spaß. Vielen Dank, mein Lieber. Nein, sag das nicht. Okay? Ja. 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 before der geht.. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Das darf nicht wahr sein. Fuck, fuck, scheiße der brennt, ich glaub es nicht, raus, 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 raus. Feuerlöcher! Ja, das war gut. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Fuck! Die Bremse ist komplett weg, also auch pumpen nicht mehr, weiß ich ob der Schlauch geplatzt Ich habe keine Bremse mehr, also gar keine Bremse Wir ziehen, ich bin dahinter und dann wirst du geladen. Wir müssen hier nur einfach frei machen und nicht Geldfaser ausziehen Nur, dass ihr wisst, dass ihr nicht abrupt stehen bleibt, ich kann hier nicht stoppen Bleibt dabei! Ja, alles klar Ja, alles klar Ja, alles klar Ja, alles klar Vorsicht, ich habe keine Bremse Ja, 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 ja Ich habe den Keil Ja, ich habe den dentro Sowas wird auch los sein Das habe ich nicht gewollt bei dem Ich habe auch mal los Wenn's Shouldest Wo kan der G enjoy sind Ich habe nicht nur bei mir Ich hoffe, ich habe dir eben nicht wehgetan mit dem Feuerlöscher. Alles gut, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Alles super.